Wir sprechen live mit Lara Kawaio von Raven West. Lara, ab heute sind zwei neue Teams in der Pro-Series dabei, Wurz und Seneca. Können Sie hier etwas ausrichten? Sie haben jedenfalls viel zu beweisen. Die Profi-Liga ist ein ganz anderes Niveau als bei den Halb-Profis. Und niemand arbeitet so hart wie wir. Also wird Raven West an der Spitze bleiben. Danke, Lara. Und viel Glück an unsere frisch aufgestiegenen Teams, die versuchen werden, heute ein Zeichen zu setzen. Die U-Mass 22, hört zu. Ich nehme an, ich würde von Anfang an seine Dominanz unter Beweis stellen wollen. Also zeigt, dass wir hierher gehören. Ja, alles klar an Sie. Wir geben uns am besten. Ja, alles klar an Sie. UNTERTITELUNG 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 Starke Konkurrenz hier! Gefällt mir! UNTERTITELUNG Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020